Ja, 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 dobo, wo, dafür machen wir alles kaputt. Ja, und... Wumms. So. Und... Hier lang, und dann oben lang, und dann sind wir da. Genau. Ähm, ähm... Und... Und... M-M-M-M-M-M-M-M... Über, Überzerstörung, alles kaputt machen! W-W-W-W-W-W-W. Gut. Hm-H-H-H. Dieses Spiel macht so viel Freude. Ah, geh doch mal rüber. Danke. So, hier, wir... Ach, wir müssen hier einfach nur weg. Ich glaube, ich statte meinen... Quatsch, warum? Ich brauch doch gar nichts. Ich wollte sagen, ich statte meiner gelben Eiterbeule nochmal einen Besuch ab, aber... Wofür denn? Wofür denn? Brauchen wir nicht. Nein, wir sind auf uns selber angewiesen. Und wir verlassen uns nicht auf andere. Denn wir sind Samus Aran, die Einzelgängerin. Ja, ja, ja. Die hier alles alleine machen darf. Mein Gott, wie unfair. So, und jetzt muss ich... Oh. In den Raum möchte ich nämlich auch noch. Okay, doch, da möchte ich noch hin. Das schaffen wir. Das ist nicht so schwer. Den dürften wir schaffen, aber da kommen wir nicht zurück. Also müssen wir den oberen Weg gehen und dann da und dann da und dann überhaupt und... Ja, ja, ja. Ich glaube, ich weiß, wo lang. Ich glaube es. Seid gespannt. Freut euch auf Funk Royale, der sich verläuft. Ja, Wasserlevel haben wir abgeschlossen. Wir haben ja auch jetzt alles geschafft. Wir haben alle Bosse besiegt. Wir haben Fentun besiegt. Wir haben... Ich habe den Namen vergessen. Greydon. Greydon. Ja, ich glaube Greydon heißt der. Gegen den ich den... Boah, überaus knappen Kampf hatte. Wo mir aber auch erst jetzt aufgefallen ist... Mein Gott, Funk. Du blöder, blöder Funk. Du hast ja auch noch deinen Autotank. Funk und Tank. Ja, ja. Der Tank. So. Lustig geht es weiter. Ja, hier lang. Brumm, brumm. Jum, 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 jum. Ja, das Spiel wird jetzt nicht eintönig. Nein, aber es ist halt... Wir befinden uns am Ende und das Spiel zeigt uns sehr, sehr freundlich. Gut, da möchte ich nicht hin in den... Äh, der Raum, der jetzt für euch mittig ungefähr liegt und da drunter. Da möchte ich nicht hin, weil da gibt es nur den X-Ray-Scope. Und das ist, äh... Ja, das ist nicht mehr als ein, äh... Ja, wie kann man es beschreiben? Supermans Fähigkeit durch Wände zu sehen. Für Samus Aran. Und die brauche ich nicht. Weil damit könnte ich nur noch mehr Raketen entdecken. Autsch. Oh, Snoop Dogg. Und... Jetzt muss ich überlegen, hier lang? Götötötötötöt. Ich teste es. Ich weiß es nicht, ob ich hier schon durch kann. Es... Oh, es ist... Saiken Tensetsu Musik. No, 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 no. Gut. Jetzt ist Saiken Tensetsu Musik wieder weg. Egal. Aber ich glaube, es ist falsch. Es war... Ah, nein, es war richtig. Uhu, uhu. Gut, gut, gut. Ah, Snoop Dogg. Und Springer. Singer. Ah, Snoop, Doggy, Dog, Dogg. Echt, ey. Nicht einer meiner liebsten Künstler. Hä? Ah, okay, jetzt haben wir es. Ja, ich wollte den Teil der Karte noch aufdecken. Nur für mich. Snoop Dogg, kannst mich mal. Ja, da habe ich was kaputt gemacht. Mir egal. Ich muss... Ähm, ähm. 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 Stimmt! Oh, bin ich dämlich. Ganz am Anfang, als wir hier waren, was ich vor acht Jahren aufgenommen hatte. Das. Na bitte. Ah. Hm, fang, fang, fang. So, ein tiefer Fall und... Ach Gott, wir haben so viele Raketen. Ach, bitte, mach doch mal eine dunkelrote Tür für 188.000 Raketen. Dann würde ich sterben. Ja, lass mich in Ruhe. Hm, 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 hm. Gut. Energietank! Oh, uns fehlt nur noch einer. Krank. Also damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Gut, wo der letzte ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nee. Ich habe jetzt auch keinen Nerv, nochmal irgendwie die Aufnahmen zu beenden und nachzugucken. Weil ich das Spiel jetzt, heute hier und jetzt beenden will. Ja. Oh, wamm, wamm. Moment, ich... Oh Gott, mein Mikro. Ach, verdammt, wartet. Gut, ist mir an. Sehr gut. Da, 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 da. Okay, jetzt wieder nach oben. Die Langeweile macht sich breit in den Gesichtern der Zuschauer. Aber Funk Royale steht da drüber und denkt sich... Schnick, schnack, schnock. Wir fahren in den Puff. Nein. Oh, so, so. Hüpf, hüpf. Langweilig, langweilig. Kann ich nicht kaputt machen, aber nur mit kleinen Minibomben. Ähm. Moment. Ja, wir gehen jetzt, glaube ich, nach oben. Und dann nach links. Ja. Ich glaube. Ja. Ja. Moment. In den einem Raum hier waren wir noch nicht. Hier. Kommen wir da durch? Nein, warum auch? Verdammt. Der Raum würde mich noch interessieren, was es da zu entdecken gäbe. Aber können wir jetzt nicht. Wir gucken mal von oben. Hm. Wir gucken auch mal gar nicht. Gucken wir noch einmal. Gucken wir noch einmal. Gucken wir noch einmal. Gucken wir noch einmal. Und... Hm. Sieht mir sehr eigenartig aus. Oh, brrra. Ah, ja. Hä? Okay. Hm. Ah. Oben links geht's weiter. Uh. Pada padada padadada padada padada. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein. Kupupupup. Nicht treffen. Danke. Ich drücke zu oft irgendwelche Tasten, die gar keine Sinn ergeben. So und... Hahahaha... Rumm! Moment... Ah! Nahahahaha! Ah... Powerbomben! Weiter geht's mit Powerbomben, super! Ich möchte... Ich schätze mal, ich habe jetzt... Ok, wir sehen's am Ende, aber ich schätze ich habe 70% des Spieles geschafft. Also von Erkundung her... Ich schätze einfach mal, das ist ganz grob. Ganz, ganz grob. Es können mehr sein, es können weniger sein. Das hier sieht mir doch sehr verdächtig aus. Ja. Hier muss es irgendwas drin geben. Finde ich. Irgendwas. Ich glaube dafür bräuchten wir aber den X-Ray Scope, um da direkt gut durchzusehen. Ja, ich habe keine Ahnung. Komm ich nicht hin? Ja. Nö. Vielleicht ein Energietank, vielleicht ein neues Waschmittel. Es interessiert uns nicht. Obwohl, Samus Aran, die braucht Waschmittel. Mein Gott. Ich meine, wie viele Stunden hängt die jetzt in ihrem Kampfanzug rum und... Also ich meine, bitte, man stinkt doch irgendwann und man schwitzt. Und ja, vor allem wenn man mit mir spielt, hier so wie ich spiele, da schwitzt man erst recht. Hüpf, hoch, hüpf, hoch, hüpf und noch weiter hoch, genau. Moment. Wir müssen noch weiter hoch und danach... Äh, jetzt schon nach links. Genau, jetzt nach links. Drück Start, ich drück noch Start. Boah. Verdammte Achsen. Können wir hier den Hyper-Tau... 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 Super-Power-Boost machen? Ja, können wir. Nimm, 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 nimm. Ah, scheiße. Verdammt, so wollte ich ihn nicht machen. Ah, fall schneller! So... Eins. Äh... Zwei. Und... Und... Bumms! Drei. Danke. Und so, kaputt und... 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 Autsch! Und...